Servus Guys und Willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Wir spielen weiter in Quollocks Tal und ich hab das Spiel schon wieder viel zu lang nicht gespielt. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt unbedingt wieder suchten, aber ich hatte auch nicht so viel Zeit, weil Schulaufgaben doch ein bisschen viel sind. Ich glaube wir müssen hier runter, da war doch irgendwie was. Da haben wir doch bestimmt irgendwie was freigeschaltet oder so. Was ist da oben? Ich will da hoch. Komme ich da hoch? Glaub nicht. Okay, das kann aber auch noch wichtig sein. Das kann auch noch wichtig sein. Und ja, ich find's echt nice wie mittags, wenn zumindest die Sonne scheint, immer der Greenscreen funktioniert. Das ist voll sozial. Das macht der Greenscreen echt gut. Und dass Ori so ein Autoheben hat, das finde ich auch gut. Zack! Lol. Hä? Okay, der Frosch. Kann ja was der bringen soll. Ähm. Okay, jetzt pass auf. Jetzt pass auf! Easy! Easy! Alter, ich bin's. Komm, gefährt. Dankeschön. Oh mein Gott, ich hab ja richtig Bock, Alter. Ich hab richtig Bock. Ach, man muss ja A drücken. Ich denk immer, der geht automatisch und nicht so runterdrückt. Ach, uff. Schon ne tolle Bewegung. Duh, 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 duh. Ja, auf jeden Fall. Hat Ben wieder irgendwas in den Kommentaren geschrieben, das blöde ist. Ich weiß es grad nicht mehr. Aber was ich noch weiß ist, dass... Dieser Typ, der uns diese Gastspirte verkauft hat, dass der angewiesenen Freifahrsprung hat. Das hab ich aber nicht irgendwie mitgekommen, lol. Ja. Das ist jetzt natürlich bisschen blöd. Aua. Ach, scheiße, ich hab ja gar keine... ich hab ja gar nicht unendlich Pfeile, ich depp. Egal. So, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Rätseln machen, oder was? Oder einfach hier. Aha, es ist ein Schalter, der man gedrückt halten muss. Damit man wieder weiterkommt. Das heißt, wir brauchen da irgendwie einen Stein, oder so. Ähm, ja, wo soll ich das jetzt herkriegen? Don't know. Darum ist was? Darum ist immer noch weißer aus, aber es stört jetzt. Voll viel Energieverschwendung, aber... Ich muss da hin. Ach, nein. Ach, okay. Darum ist ein Auge. Zack. Uri, dankeschön. What? Äh. Ah. Und jetzt zieht der den, oder was? Lol. Jetzt fällt der runter. Jetzt fällt der da dagegen. Pff. Ah, jetzt. Ich kann mich heilen, aber ich muss nicht. Ähm. Jetzt müssen wir das da rüber kriegen. Bedeutet, wir packen das jetzt. Genau das machen. Was? Ich komm da nicht hin. What? Ich kann mich da nicht hochpacken. Äh. Ah, geh mal zu, Alter. Geh zu. Zack. Jetzt brauch ich dich. So. Und dann brauch ich dich und schieb dich dann da hoch. Zack. Dann muss ich dich zacken. Dann muss ich dich zacken. Dann muss ich dich zacken. Zack dich halt ein bisschen schneller. Ähm. Wie krieg ich das verlangsamt? Nein, das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Alter. Los. Was? Ja, warte. Ich hole mir mal neue Energie. Deswegen gibt's da auch unendlich viel. Jetzt muss ich den Stein wieder zurückschieben. So. So. Und dann. Dich. So. Und so. Oder. Ich mach jetzt so. Zack. Und wenn ich das dann jetzt hier wieder hochpacke. Ja. Ja. Es hat geklappt. Dann geht es automatisch weiter. Nein. Äh. Äh. Schieb Ori. Schieb. Brav. Braves Ori. Braves Ori. So. Was haben wir jetzt hier? Eine. 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 Eine Moskito. Aua. Ich vermiss meinen Hammer. Ich vermiss meinen Hammer. Ja. Ich krieg ja grad von jedem Scheißhut. Alles klar. Danke dafür. Eilen mich. Äh. Da komm ich jetzt schon wieder nicht runter. Und Benner glaub ich auch. Ich guck das jetzt. Okay. Benner bisschen viel geschrieben. Auf jeden Fall. Hat er gesagt auch. Dass diese. Diese. Klebrigfähigkeit. Wo. Wo war das? Äh. Wo war das? Äh. Nein. Dass die Klebrigfähigkeit wichtig ist. Ach. Ich hab da so komisches Zeug drin. Was hab ich da drin? Ja. Das da. Komm. Machen wir das weg. Machen wir das hin. So. Genau. Und ich soll die Toast Quest mit den Moki machen. dann. Ich hab noch gar nichts verpasst. Ich hab noch gar nichts verpasst. Ich hab noch gar nichts verpasst. Okay. Schießen. Ich hab noch gar nichts verpasst. Ja. So. Jetzt muss ich nur noch richtig klettern. Zack. So. Und jetzt ist hier ein. Ein Schäbel. Ah ja. Wir haben ja doch vorher das Auge auch gesehen. Ja. Sind wir eigentlich noch im Tintenmoor? Ja sind wir ne. Sind wir ne. Ach ne. Quorlox Tal. Okay. Das finde ich auch gut, dass da um ne Prozentzahl steht. Dann müsste da. Dann müsste auch bestimmt überall 100% stehen, damit man dann 100% hat, oder? Denk ich mir jetzt zumindest. Du gehst weg. Halt stopp. Ich will. Dich. Ich will dich. Jawoll. Ich hab keinen Schaden. Ich wollte mich grad freuen, dass ich keinen Schaden genommen hab. Danke dafür. Okay. Danke. So. Jetzt geht's hier weiter. Oder? Ne. Es geht nur da weiter. Ole. Ole. Was für Ole. Egal. So. Dann zack. Dann zack. Also der Wogen ist schon sehr einfach. What? What? Nein. Ich lebe. Was bringt das jetzt? Ähm. Okay. Ah. Jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt sind da auch noch Moskitos aufgetaucht. Ich glaub's nicht. Schatz. Auch blöd. Lass mal auf. Zack. Ich find das sogar bei einer unendlichen Energiequelle kann man sich ja unendlich aufteilen. Zack. 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 Aimbot. 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 Äh. What? Das hat mich nicht getroffen. Wie geil. Schlecht. Schlecht. Oh scheiße. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ach du Scheiße. Komm Energie. Komm. Danke. So. Genau. So. 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 Zack. Und schnell. Und zack. Und hoch. Yes. Progress. Und progress. Das war jetzt unnötig. Egal. Jetzt komm ich hier weiter oder was? Ich. Hab. Ah. Ja. Guck mal. Da komm ich nicht weiter. Guck mal. Guck mal. Und die Augen von diesen Fröschen. Die werden. Ähm. Die verändern sich auch. Wenn man die aktiviert. Guck mal. Guck mal. Moskito. Aua. Danke. So. Heilen. Und dann geht's hier weiter. Glaub ich. Oder auch nicht. Oder kommt man hier runter. Okay. Dann geht's wahrscheinlich hier rechts weiter. Aua. Ah ja. Da geht's weiter. Der. Geht's weiter. Zack. Aber das finde ich gut, dass Ben so ein Uri-Profi ist. Und der mir hilft. Ich stecke jetzt hat man hier. So. Ah. Oh mein Gott. 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 Ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch. Äh. Äh. Da unten ist ein Fisch. Auch gut. Das haben wir auch noch nie gesehen. Ich will im Esch nach rechts. Ich weiß nicht ob es erst nach rechts oder nach links ist. Was ist das? Ah ok. Äh. Ich hab gleich keine Energie mehr. Yay. Da komm ich jetzt nicht hoch. Äh. Da oben ist ein Typ. Ah. Da oben ist dieser Kartentyp. Oh mein Gott. Oder ne. Warte mal. War ich da nicht schon? Nö. Das ist ein neues. Oder? Ja schon. Was sonst wird hier hochkommen. Aber ich komm da nicht hoch. Mami. Komm da nicht hoch. Es gibt so viele Wege. Ich komm da nicht hoch. mit. Komm ich da hin? Ja. Nice. Ähm. Okay. What? Er macht keinen Oppelsprung. What? Geh weg. Ich komm nie wieder zurück. Aua. 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 Danke. Ich. Diese. Äh. 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 Stammattakentgegner. Die sind schon nervig ne? Das muss man schon mal sagen. Aha. Ah lol. Ein Speicherbrunnen Ding. Offline. Ja. What the fuck? Okay, jetzt haben wir das auch geklärt, nice. Das wollte ich gar nicht, aber gut. Doch. Äh. Junge! Was schreckst du mich so? Ich tre- Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin fast tot. Oh Gott, ich bin fast tot. Oh Gott, ich bin fast tot. Heil dich, Junge! Oh Gott, oh Gott. Jetzt kann... Warte mal. Brauche ich dafür auch Energie? Alter, Ori regelt! Ori regelt! Der schlägt mit dem Hammer erstmal das komplette Ding von dem weg, Alter. Lol. Läuft bei dir, Ori. Läuft bei dir. So. Dann machen wir das da oben auf. Ich würde... Müsste halt auch irgendwann mal zurückgehen wieder, ne? Das... Wäre ganz sinnvoll. So, jetzt können wir dann nicht weiter. Jetzt muss ich da so machen. Und so. So. Aber die Steuerung, die da dreht man sich sehr gut dran. Okay. Und wir labern gerade, welche im Haus läuft. Oh mein Gott, Energie. Yes, 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 yes. Zack. Da steht noch, dass im halben Bildschirm Entfernung das angezogen wird. Auch gut. So, da kommen wir nicht hoch. Heil. Zack. Oh, da ist ein Baum. Oh mein Gott. Ich kann es in der Luft machen. Ich kann es in der Luft machen. Ups. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Was? Ja, ja, ja. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, ich leb noch. Okay. Drück nach einem Doppelsprung. Ja, das hab ich auch schon rausgefunden. Mach ich Schaden halt? Halt, stopp. Ich brauch meinen OP-Hammer. What? Das ist so schön. Warte, was ist da? Da ist nix. Guck mal, da bewegt sich der Boden. Kann man da rein? Kann man nicht. Hä, 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 hä. Loll. Zack, zack. Boah, es hat nicht gereicht. Zack, zack, zack. Jetzt, okay. Zack, zack. Nein. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss doch voll Geduld haben. Oh, wiff. Entschuldigung, Ori, aber das muss so sein. So, zack. Zack. Ah, lol. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zack. Und zack und aua. Und, okay. Und da ist noch was. Nein. Okay. Nochmal, 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 nochmal. Zack. Aua. Als ob ich da nicht hinkomme wegen einem Millimeter. Laber. Laber. Nein. Nein. Das war so gut gewesen. Ich will das. Ich will das schaffen. Zack. Halt dich doch fest. Ey, das... Das muss gehen. Das muss gehen. So nicht. Leute, wenn das so knapp nicht geht, muss das gehen. Genau. Durch die Erklärung. Zack. Zack. Yes. Yes. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. So, es ist stark. Oh ja, mein Hammer. Zack. 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 Kommt, zack, Alter. Boots, da ist dein Stinger auch weg. Bam. Ihr kriegt mich nicht, ihr Lappen. Der Hammer ist so nice. Das ist die beste Investition in meinem Leben. Der Hammer, der ist. So. Dann gibt's jetzt wahrscheinlich nichts mehr groß. Oder? Oh, aha. Noch 50. Okay, mehr als 50. Genau, und da waren wir jetzt schon. Wir haben jetzt eigentlich von der Karte schon. 43% schon einiges mehr. Da ist noch was. Ich sag doch, da leuchtet was. Aber ich kann noch nicht hin. Und da ist ein Rennen. Wait, what? Da ist eine Zielflage. Oder ist das das Schreien? Ist das das? Lol. Okay. Keine Ahnung. Kann ich da noch was machen mit? Äh. Hä? Okay. Ich muss das nicht verstehen. Ich muss das nicht verstehen. Ah fuck, ich hab da einen Sprint. Ich hab da doch so einen Sprint. Nein. Aua, ich werde vergewaltigt. Aua, nein. Aua. Lasst mich. Zack. Zack. Also, das ist ja ganz easy. So. Dann hopp, 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 hopp. Ich glaube, ich musste hier sogar her. Das war wichtig. Sonst würde ich auch nicht wieder hochkommen. Wenn ich jetzt schon wieder hochkommen will. Zack. Hopp. Zack. Äh, ja, dann wäre ich da jetzt auch leichter drauf hingekommen. Aber was, wo ist jetzt eigentlich der Typ hin? Dann war doch vorher dieser Typ. Wo wir nicht hinkamen. Wo kommen wir jetzt hin? Oder bin ich jetzt schon wieder vorbei? Halt, stopp. Bin ich jetzt schon wieder vorbei? Da steht da gar nicht. Hm. Äh, der steht da gar nicht, lol. Ich drücke immer nach oben und dann geht der... Och, das ist belastend. Zack, jetzt rühre ich nach links. So. Dann hält das nicht auch fest. Dann, zack. Nein, hebt... Oh Gott. Okay. Ah, da oben ist er. Ja, jetzt kommen wir da auch hin. Ja. Gib mir die Karte. Halleschön, willkommen im Quorlocksthal. Hier sind wir nun im Revier des großen Quorlock, Wächter des Umplans. Gedank seiner Fürsorge haben sich die Dinge hier kaum verändert. Seid der Verfall des Land befiel. Willst du eine Karte des Wohnsitzes der Kröte für 120? Ja klar. Verbündlich, stimmt. Dankeschön. So. Ach du Schande. Ich frage mich, wie groß die Map noch wird. Das ist ja bestimmt nur das alles, oder? Das kann aber auch nicht sein. Oder? Hm. Hm. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Was? Belohnung? Belohnung zu... LOL. Aber da gibt es schon wieder so viel. Ich muss das unbedingt auch mal machen. Unbedingt. Aber jetzt gehen wir mal nach links und dann nach oben. Und da ist ne... Wait, what? Okay. Höh. Ah, lol. Lol, da unten ist was. So viel dazu. Alles klar. Aber gut, dass auf der Karte mal kill wird. Ja, verreck. So. Ähm. Dann. Müssen wir doch jetzt hoch und re... Aua. Aua. Nein. Stopp, stopp, stopp. Ich geh so drauf, ich geh so drauf. Ah. Nein. Wieso bin ich denn instant tot, wenn ich da kurz lande, Alter? Wie unfair ist das? Äh, jetzt reicht's. Zack. Zack. Da ist mein Hammer. Okay, mein Hammer bringt... Mein Hammer. Mein Hammer ist kaputt. Mein Hammer ist kaputt. Lass mich in Ruhe. Nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Man kriegt da so viel Schaden. Alter. Bruder. Jetzt brauche ich wieder dich. Und zwar... Zack. Nein, nicht schwimmen gehen. Ich hab keine Energie mehr. Entschuldigung, du Käfer. Zack. Und... Putz. Und... Putz. Und... Putz. Oh nein, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ja, tschüss. Äh. Ähm. Ähm. So. Hopp, 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 hopp. Hopp. Lol. Oh, mein Hammer. Guck, dieser Move hat mich gerettet. Äh, ich mach mal das. Bruder. 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 Ach, jetzt muss ich zu der Zielflagge oder was? Lol. Kann ich jetzt neu starten? Oh Gott, ich muss den Parade beenden. Scheiße. Ach, jetzt geht das nicht mehr oder was? Oh, fuhren wir mal so schnell. Aua. Was? Ich muss den besiegen oder was? Ähm. Hilfe. Hilfe. Da ist ein bisschen Arbo-Goppe. Okay. Äh, der ist ein bisschen Arbo-Goppe. Äh. Labert doch nicht, dass ich den besiegen muss. Das steht fertig. Okay. Das nehm ich auch ne mit. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, dass es dir gefallen hat. Wir sind schon bei 26,5 Minuten Aufnahme. Ups. Und dann nehm ich dir halt die nächste Folge auf, falls es richtig Bock macht. Und dann sehen wir uns mal wieder. Lass ein Arbo dann wieder neu, bis dahin die Glocke an uns zu verpassen. Und dann, ja, hau rein. Dann tieren wir noch einen schönen Tag. Und ciao. Lass uns mal wieder neu, bis dahin die Glocke an uns zu verpassen. Und dann, ja, hau pied. Und dann, ja. Hang.